Du hast Angst vor Veränderung, obwohl du von Windows genervt bist? Du möchtest kein Linux, weil das nur für Programmierer und Hacker ist? Heute zeige ich dir ein Linux-Betriebssystem, das wie für dich geschaffen ist. Ohne Terminal-Konsole, einfacher zu bedienen und sicherer als Windows. Schnapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag! Es ist wieder Sonntagszeit für SonntagsOS und der Titel ist kein Clickbait. Es ist die Wahrheit, ich zeige euch heute ein Linux-System, das wirklich am besten geeignet ist für Anfänger, Umsteiger und vor allem Angsthasen, die bei dem Wort Linux gleich an Hacker, an Programmieren und an hochstudierte ITler denken müssen. Dem ist überhaupt nicht so. Ja, reden wir nicht lange und starten direkt durch. Ich habe die Maschine angeschmissen und die CD eingelegt und werde begrüßt mit diesem tollen Bildschirm. Ja, da klicken wir einfach mal das oberste an oder einfach nur Enter drücken. Und wir werden mit einem wunderschönen Sound begrüßt. Ich hoffe, dass das auch für dich jetzt zu hören war. So, bevor wir jetzt hier aber so richtig durchstarten, möchte ich mal ganz fix noch die Auflösung ändern. Im Prinzip können wir jetzt sofort loslegen und das System auch nutzen, ohne dass wir es installieren müssen, denn es ist bereits auf der Installations-CD schon alles quasi vorinstalliert, sodass man wirklich das Ganze auch auf seinem direkten Desktop zu Hause oder Loadbook testen kann, ohne irgendwie Windows zu löschen und irgendwie neu installieren zu müssen. So, wir installieren aber neu. Hier steht es auch schon Linux, install Linux Mint. Und wir werden hier begrüßt mit einem Installationsassistenten, der erstmal wissen möchte, welche Sprache wir sprechen. Und da ist Deutsch. Weiter. So, die Tastatur. Da werden uns hier ein paar Tastaturen angeboten. Ich achte immer darauf, dass ich die Akzenttasten mit dabei habe. Diese befindet sich rechts neben dem SZ und links neben der Ziffer 1 oben auf der Ziffernreihe gibt es noch diese Taste mit dem Akzent d'Agui. Oder diesen kleinen Gradzeichen. Da ist es dann ganz wichtig, da die No-Dead-Keys zu aktivieren, falls das irgendwo verfügbar ist. Wir nehmen hier die ganz normale Belegung. So, Multimedia-Kodex wollen wir auf jeden Fall haben. Dann können wir nämlich auch MP3-Dateien abspielen und DVDs und so weiter. Weiter. So, hier kommen wir schon zum ersten Schritt. Wir müssen die Festplatte auswählen und partitionieren. Das könnten wir selber machen, wenn wir es denn wollen. Hier habe ich eine 50 GB Festplatte eingebaut. Wir gehen nochmal zurück, denn wir machen jetzt hier nichts selber, sondern lassen einfach Festplatte löschen und Linux mit installieren. Einfach weiter. So, jawohl, hat er richtig erkannt. Ich bin ja schon mit dem Internet verbunden, deswegen hat er auch schon erkannt, dass ich hier in dieser Zeitzone in Berlin bin. Weiter. So, Name. Jetzt geht's los. Rechnername, Typ, 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 Typ. Und Typ, Typ. Superschweres Passwort. Weiter. Und das war im Prinzip schon die Installationsroutine. Jetzt heißt es einfach abwarten, bis er fertig ist. Und schon ist die Installation fertig und wir haben jetzt die Möglichkeit, einmal das Ausprobieren fortzusetzen oder den Rechner neu zu starten. Wir starten neu. Und Enter. Und hier ist der Logging-Bildschirm. Dann können wir uns direkt einloggen. So. Und et voilà. Wir sind drinnen auf unserem neu installierten Linux Mint System. So werden wir begrüßt, wenn wir uns das erste Mal eingeloggt haben mit einem Willkommens-Bildschirmen. Und hier haben wir die Möglichkeit, die allerersten Schritte durchzuführen, die uns hier zur Verfügung stehen. Und ja, fangen wir doch gleich mal an. Wir haben hier die Schreibtischfarben, unsere Icons und so weiter. Und diese Randfarben sind alle jetzt in diesem Grün gehalten. Und hier können wir tatsächlich ändern, indem wir einfach hier auf die Farben jeweils draufklicken. Ändert sich sofort die Farbe. Sehr schön. Ich nehme mal dieses Ocker Gold. Ja. Finde ich sehr, sehr schön. Oder was haben wir hier hinten? Ah, das ist ein echtes Mint Grün. Rot. Blau. Ich bleibe bei Blau. Blau ist schick. Sehr schön. Was haben wir denn noch? Die Leistenanordnung. Hier können wir die Leiste eben so groß machen, wie sie jetzt ist. Erinnert wunderbar an Windows 10 überhaupt oder an die Windows-Task-Leiste. Oder wenn es zu groß ist, können wir hier auch sehr viel kleiner machen. Das ist besonders gut bei Notebooks. Wenn man ein Notebook hat mit sehr kleinem Display, dann macht sich diese Größe auch perfekt, damit man mehr sieht auf dem Bildschirm. Wir lassen das jetzt aber groß auf modern. So, System-Schnappschüsse überspringe ich jetzt. Da kommen wir später dazu. Treiberverwaltung. Je nachdem, welche Hardware du hast, ob du Nvidia-Grafikkarte hast, eine Intel-Grafikkarte oder AMD-Grafikkarte, hast du hier jetzt die Möglichkeit, die Treiber, die properitären Treiber nachzuladen. Die gibt es allerdings ausschließlich für Nvidia oder ich drücke es mal anders aus. Nur für Nvidia-Karten sind properitären Treiber notwendig. Für AMD und Intel gibt es Open-Source-Treiber. Und deswegen wird jetzt hier auch nichts angezeigt, weil ich habe eine AMD-Grafikkarte drin. So, machen wir weiter. Ja, aber das ist halt das perfekte Beispiel auch oder das ist super. Ich brauche nicht erst auf die Herstellerseite meiner Grafikkarte gehen, um da irgendwelche Treiber herunterzuladen, sondern das erledigt die Treiberverwaltung für mich. So, Aktualisierungsverwaltung. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Hier habe ich nämlich die Möglichkeit, jetzt das System nochmal auf den neuesten Stand zu bringen. Als allererstes sagt er mir, dass die Aktualisierungsverwaltung selber geupdatet werden muss. Ja, das machen wir doch gleich mal. Passwort rein. Alles, was ich mache, um das System zu verändern, muss immer mit einem Passwort bestätigt werden. Das ist ein sehr, sehr guter Sicherheitsaspekt hier bei Linux. So, dann hat er die Aktualisierungsverwaltung nochmal neu gestartet. Hier fragt er mich jetzt, ob ich zu einem lokalen Spiegel-Server wechseln möchte. Ich sage jetzt mal Ja. Auch hier wieder. Denn hier kann ich jetzt aussuchen, wo der Standort des Servers ist, wo ich meine Updates ziehen möchte. Und hier berechnet er jetzt die Geschwindigkeit oder die Zugriffsgeschwindigkeit und listet mir das Ganze auf nach schnellster Server. Hier ist die Hochschule Esslingen in der Universität Applied Science. Die nehmen wir jetzt einfach. Und hier haben wir dann auch noch das Ubuntu-Repository. Gucken wir mal. Lassen wir den mal kurz ein bisschen rechnen. Host Europe ist hier oben. Nehmen wir Host Europe. Einmal anwenden. Das reicht völlig aus. So kann ich sicher gehen, dass nachher bei dem Aktualisieren die schnellsten Server angesprochen werden, sodass das Updaten von Software nachher nicht ewig lange dauert. Hier über diese Paketquellenverwaltung kann ich noch weitere Paketquellen und Repositories hinzufügen. Das muss man aber nicht. So, hier werden mir jetzt schon ein paar Sachen angezeigt, die ich hier aktualisieren kann. Und das werde ich jetzt einfach mal machen. Aktualisierung installieren. Es wird ein neuer Kernel installiert. Das ist auch sehr, sehr schön. Okay. Nochmal das Passwort. Wir verändern ja was. Und jetzt heißt es einfach nochmal abwarten. So, während der jetzt hier munter aktualisiert, können wir ja hier einfach schon mal weitermachen. So, Aktualisierungsverwaltung. Sind wir gerade dabei. Machen wir weiter. Ich falle das hier mal weg. So, Systemeinstellungen. Dann schauen wir uns mal die Systemeinstellungen an. Super übersichtlich. Sehr, sehr, sehr einfach. Danach habe ich hier die Möglichkeit, das Erscheinungsbild zu ändern. Wie zum Beispiel Fenstereffekte soll es eingeblendet. So wie jetzt haben wir ja so eine leichte Überblende. Hintergrundbild ist sehr, sehr schön. Hier werden einige schöne Hintergrundbilder schon vorangegeben. Können wir mal schauen. Hm. Nicht schlecht. Oder wie wäre es hier? Das Ganze in grün. Oder hier gibt es auch noch tolle Hintergrundbilder direkt aus den Ubuntu-Repositories. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöne Hintergrundbilder. Und hier ist wirklich für jeden was dabei. Für jeden Geschmack. Ich belasse es jetzt aber mal ganz unkompliziert beim Ubuntu-Linux-Standard-Hintergrund, damit das Ganze nicht so überladen nachher ist. So, machen wir mal weiter. So, ja, was kann ich sonst noch alles einstellen? Hier habe ich dann nochmal die Themenauswahl. Hier kann ich schauen, wie der Fensterrahmen aussehen soll. Dunkel, hell, mit runden, abgerundeten Kanten, mit spitzen Kanten. Hier kann ich die Farbe nochmal ändern. Hier gibt es dann dieses Gradient Blue, sage ich mal. Oder dieses Geflattete, die ganz normale Farbe. Dann die Knopffarbe und die Fensterfarbe und so weiter und so fort. Kann ich hier alles wunderbar einstellen. Und ansonsten habe ich hier in den Einstellungen noch die aktiven Ecken. Wenn man hier oben die Ecken berührt, dass dann eine spezielle Aktion ausgeführt wird. Das kann man hier so einstellen. Und hier kann man sich einfach mal schön durcharbeiten. Dann habe ich hier Einstellungen für die Geräte, Bluetooth, wenn ich habe. Drucker kann ich hier einstellen. Oder für die Energieverwaltung, gerade für Notebooks, dass er nicht so viel Akku verbraucht. Dann Ton, die Laufwerke kann ich hier einrichten und auch das Netzwerk. Und in der Systemverwaltung haben wir noch die Firewall und die Treiberverwaltung. So, machen wir weiter. Aha, hier ist es noch am Aktualisieren. So, Anwendungsverwaltung. So, machen wir mal weiter. Die Anwendungsverwaltung ist unter Linux Mint quasi das, was beim Handy der App Store ist. Ja, der App Store beim iPhone oder der Play Store bei Google. Das ist hier die Anwendungsverwaltung. Und hier kriege ich in der Tat alles, was ich brauche. Zum Beispiel Steam, den VLC Player, Audacity. Das ist alles Software, die kennt man durchaus auch von Windows. Ja, die gibt es hier natürlich auch. Alles wunderschön sortiert in Kategorien. Ja, wir können ja mal als Beispiel den VLC Player einfach herunterladen. Ja, das ist einfach hier draufklicken, installieren, Passwort eingeben. Und dann wird das Ganze installiert. Und hier unten bei Multimedia ist, wird es jetzt hier noch nicht angezeigt. Erst wenn er hier oben fertig ist. So, jetzt ist er fertig. Gucken wir mal. Multimedia. Und hier ist er, der VLC Media Player. Netzwerk zu verlauben. Ja, und dann kann man direkt loslegen mit Videos abspielen oder Streams abspielen. So, das ist also super, super einfach. Und hier gibt es wirklich für jeden was. Von einfachen kleinen Spielen auch wie T-Worlds zum Beispiel oder Supertalks. Das ist sowas ähnliches wie Super Mario, nur mit einem kleinen Binguin. Aber eben auch Steam kann ich herunterladen. Denn Steam portiert mittlerweile, oder hat mittlerweile 90% aller Spiele, die auf Steam verfügbar sind, direkt auf Linux portiert. Mithilfe einer Schnittstelle, die sich, oder mithilfe einer Kompatibilitätsschnittstelle namens Proton. Und damit macht Steam so quasi jeden Spieler, jeden Gamer zum Linux Gamer. Und somit ist auch das kein Thema mehr. Kein Grund mehr bei Windows zu bleiben. Mit der Begründung, ja, ich game ja. Das ist mittlerweile auf Linux ebenfalls möglich. So, hier über die Anwendungsverwaltung werde ich dann nachher auch immer informiert. Wenn noch Updates verfügbar sind, dann kann man dann hier Updates auch durchführen. System-Updates, Programm-Updates. Alles mit einem Mausklick. Und wir machen noch weiter. Hier gibt es noch die Firewall. Und ich bin hier zu Hause. Da kann man das Ganze einschalten. Ja, je nachdem, wenn ich einen Notebook habe und ich zum Beispiel unterwegs in einem Café per WLAN verbunden bin, gebe ich hier einfach öffentlich ein. Und dann werden die eingehenden Verbindungen, Portverbindungen komplett abgelehnt. Wenn ich hier Büro habe, werden die eingehenden Verbindungen verweigert. Das heißt, dann werde ich gefragt, hier möchte eine eingehende Verbindung auf meinen Rechner zugreifen. Möchte ich das ja oder nein? Oder wenn ich zu Hause bin, dann wird das in der Regel erlaubt. Und zwar alles, was im lokalen Netzwerk sich befindet. Zum Beispiel, wenn ich per WLAN verbunden bin und ich habe hier noch zwei Rechner und noch ein Handy im selben Netzwerk, dann können die Geräte hier miteinander kommunizieren. Ja, auch hier ist die Standardeinstellung verweigert, sodass ich immer gefragt werde, ob ich das möchte. Ja, und Regeln kann man dann auch noch eintragen. Es ist wirklich unglaublich einfach. So, das können wir auch direkt anlassen. Und damit sind wir die ersten Schritte auch schon mal durch. Ansonsten gibt es hier noch eine Dokumentation. Hier kannst du dir alles anschauen und durchlesen zum Thema Linux Mint. Wenn du Fragen hast oder nicht weiterkommst, dann ist das die erste Anlaufstelle. So, wir machen das mal zu. Hier steht jetzt Neustart erforderlich. Das liegt daran, dass jetzt ein neuer Linux-Kernel installiert wurde. Und er fragt natürlich jetzt, um diesen zu aktivieren, muss ich jetzt den Rechner einmal neu starten, dass der neue Linux-Kernel auch geladen werden kann. Das brauchen wir jetzt nicht. Aber hier sehen wir auch schon mal einen ersten Unterschied zu Windows auch. Ich kann hier das ganze System ganz normal weiterverwenden, während der im Hintergrund einfach die Aktualisierung durchführt. Ja, ich werde nicht genötigt, jetzt neu zu starten und bin dann irgendwie für mehrere Minuten oder sogar halbe Stunde lang nicht mehr arbeitsfähig. Das ist halt das, was auch beim Windows wirklich sehr auf diese Substanz geht. So, wir schauen uns mal das Menü hier unten an. Erinnert einen auch an das Windows 10 Menü, wo alles wunderbar in Kategorien angeordnet ist. Fangen wir mal hier ganz links an. Der Firefox-Browser ist der Standard-Browser, der hier installiert ist. Hier finde ich auch noch mal die Anwendungsverwaltung, die Einstellung und das Terminal. Ja, das Terminal ist ja so das Linux-Ding schlechthin. Kein Linux ohne Terminal, ja. Und hier habe ich dann noch eigene Dateien, den eigenen Dateienordner und dann die Möglichkeit, den Bildschirm zu sperren und den Rechner herunterzufahren. Hier auf dieser Seite kann ich die Anwendung, kann ich Anwendungen hinmachen, wie ich möchte. Meine Lieblingsanwendungen, Schnellzugriffsanwendungen quasi, ja, die, die ich am häufigsten brauche. So, ansonsten, was haben wir denn vorinstalliert? Wir haben vorinstalliert LibreOffice komplett, die komplette Bibliothek LibreOffice als Microsoft-Office-Alternative. Dann bei Grafik ist jetzt nicht sonderlich viel installiert, ein Scanner und ein Bildbetrachter. Dann im Bereich Internet habe ich, wie gesagt, den Firefox-Browser, ein E-Mail-Client, nämlich den Thunderbird-E-Mail-Client und Web-Apps. Und ja, Web-Apps, das möchte ich jetzt auf jeden Fall mal zeigen, denn wenn wir in die Anwendungsverwaltung reingucken, gibt es, anders als zum Beispiel bei Microsoft, gibt es zum Beispiel für Netflix keine Anwendung, keine passenden Pakete. Es gibt also keine Software. Das heißt, bei Netflix muss ich immer wieder den Browser öffnen und dann eben auf Netflix.com gehen. Machen wir mal Netflix.com. Ja, wenn ich zum Beispiel Netflix mal schnell schauen will und dann muss ich mich einloggen, wobei, wenn man einmal eingeloggt ist, ist man in der Regel dann auch drin. Ja, und dann kann ich eben Netflix gucken. Ist jetzt okay, aber eine richtige Anwendung wäre natürlich schon besser. Und das kann man tatsächlich mit Web-Apps einstellen und das ist absolut hervorragend. So, einmal Web-Apps. So, dann gehe ich hier auf das Plus, gebe jetzt hier oben einfach mal Netflix ein. So soll nämlich die Anwendung heißen. Gebe jetzt hier die Internetadresse ein. Am besten kopiere ich die von hier raus gleich. So, einmal eingegeben. Netflix, hier hat er das Symbol schon selber gefunden. Das Netflix-Symbol. Ja, hier gibt es aber noch das Schönere. Das finde ich ein bisschen besser. Dann holt er sich das direkt von der Webseite. Ist auch schön. So, Kategorie ist eine Internetseite. Browser, Firefox, einen anderen haben wir gerade nicht. Und die Navigationsleiste lassen wir weg. Die soll er nicht mit anzeigen. Und wir gehen auch nicht in den Inkognito-Modus, weil wir uns jedes Mal, wenn wir die Anwendung aufmachen, immer wieder neu einloggen müssen. Das wollen wir natürlich nicht. Gehen wir auf OK. Und ja, das war es im Prinzip schon. Jetzt kann ich hier auf Ausführen gehen. Und dann wird das Fenster geöffnet mit Netflix. Und das sieht quasi aus wie eine Anwendung. Jetzt machen wir im Hintergrund hier zu. Ja, und das Gute ist jetzt, wenn ich die Anwendung jetzt, diese Anwendung ist jetzt hier zu finden unter Internet und Netflix. Ja, und dann kann ich hier mal mit Rechtsklick zum Schreibtisch hinzufügen. Und voilà, schon habe ich Netflix wie eine Anwendung direkt auf meinem Desktop. Und dann kann ich hier Doppelklick und dann öffnet sich Netflix wie eine Anwendung. Und wenn ich schon mal eingeloggt war, dann bin ich jetzt auch schon eingeloggt und kann sofort loslegen mit Film gucken. Gut, machen wir weiter. Was haben wir noch? Hier ist ja die Media Player. Da haben wir hier einen Videoplayer. Hypnotics ist ein Player, wo ich öffentlich-rechtlich den Fernseher mir anschauen kann. Und zwar aus aller Herren Länder. Unter anderem hier auch das erste ZDF und Dreisatz und so weiter. Ich klicke jetzt hier mal auf Arte und mache jetzt hier mal den Ton weg. Ja, und schon kann ich mir hier Arte anschauen. Wird sofort live gestreamt. So, machen wir mal zu. Ah ja, das muss ich dann hier rüber zu machen. Sehr gut. So, machen wir weiter. Was haben wir noch Schönes? Rysenbox ist ein Musikabspielprogramm und VLC-Player haben wir gerade selber installiert. Zubehör gibt es allerlei Sachen wie Bildschirm, Foto, Laufwerke, Notizen. Das hatten wir vorhin in den Einstellungen schon mal gesehen. Und in der Systemverwaltung, achso, Einstellungen habe ich noch vergessen. Hier kann ich dann Bildschirmschoner einstellen, Effekte. Auch das haben wir vorhin alles schon kurz gesehen unter dem Punkt Einstellungen. In der Systemverwaltung kann ich hier mir die Festplattenbelegung auch noch mal anschauen. Wie viel denn überhaupt jetzt belegt ist. Hier ist jetzt nicht allzu viel belegt. Und ansonsten hier Timeshift. Und da möchte ich jetzt mal noch drauf zugreifen. Timeshift ist ein Backup-Programm. Mit Timeshift kann ich immer das System regelmäßig absichern. Zum Beispiel vor jedem Update, welches ich durchführe. Dann geht man hier einfach durch diesen Assistenten mal durch. Und wenn ich mal ein Systemupdate durchführe. Die Festplatte nehmen wir. Dann kann es ja passieren, dass vielleicht irgendwas nicht richtig funktioniert. Wie zum Beispiel die Tastatur oder ein Treiber funktioniert nicht mehr richtig. Oder irgendeine Anwendung. Und dann kann ich mithilfe von Timeshift einfach wieder auf den vorherigen Zustand wieder zurückgehen. Und hier kann ich einstellen, wie oft ich einen solchen Snapshot haben möchte. Er sagt jetzt hier täglich fünfmal. Und zum Beispiel bei Systemstart. Das können wir jetzt erstmal so lassen. Einmal auf Weiter und Weiter. Und jetzt ist Timeshift aktiv. Das heißt, er wird jetzt irgendwann anfangen, ein Snapshot zu erstellen. Und keine Sorge, er erstellt jetzt nicht jedes Mal die volle Größe des gesamten Rechners. Sondern bei den fünf Snapshots, die er am Tag erstellt, erstellt er immer nur die Differenz der Veränderung. Und deswegen kann es sein, dass der ein oder andere Snapshot dann vielleicht nur ein paar Kilobyte groß ist, wenn halt nicht viel Änderung stattgefunden hat. Also das ist ein absolutes Muss. Snapshot einfach, um die eigenen Daten zu sichern. So, was haben wir noch? So, wir gehen nochmal auf Orte und verbinden mit. Denn hier hat man auch die Möglichkeit, sich direkt mit einem Online-Account zu verbinden. Also mit einem FTP-Server. Oder per WebDAV zum Beispiel mit der Nextcloud. Und ich hatte hier auch schon Online-Konten. Genau, Internet-Konten. So, hier habe ich die Möglichkeit, mich auch nochmal mit Internet-Konten zu verbinden. Wie zum Beispiel mit meinem Google-Account. Mit einer Nextcloud. Selbst mit einem Microsoft-Live-Account. Gerade der Microsoft Drive und so weiter. Oder auch Google Drive. Ja, so kann ich mich hier verbinden. Kann mich mit meinem Firmennetzwerk anmelden. Entweder über Kerberos oder über Exchange. Und natürlich auch meine E-Mail-Konten kann ich hier eingeben. So, das war es soweit. Das ist Linux Mint. Es ist wirklich das beste Betriebssystem für Ein- und Umsteiger. Und man muss hier auf nichts, aber auch wirklich auf gar nichts verzichten. Und, wie du vielleicht gerade auch mitbekommen hast, ich habe heute hier nicht einmal das Terminal verwendet, außer vorhin, wo ich die Auflösung eingestellt habe, habe ich hier noch nicht einmal das Terminal verwendet. Das heißt, das ganze Betriebssystem lässt sich wirklich nur durch Klicken, durch Menüs, durch grafische Oberflächen bedienen, das gesamte Betriebssystem, ohne dass hier unbedingt ein Terminal notwendig ist. Selbstverständlich funktioniert alles auch über das Terminal. Ja, wie zum Beispiel hier mein Neo-Fetch. Und wer also sich an das Terminal ranwagt und rantraut, der soll das auch auf jeden Fall nutzen können hier. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund mehr, nur auf Microsoft hängen zu bleiben oder zu sagen, hey, ich brauche das ja unbedingt. Nein, braucht man wirklich nicht. Linux Mint, das wirklich beste Betriebssystem für Umsteiger und Einsteiger und für die Ängstlichen. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Ich bin ja nur so ein Typ, 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 ich bin ja nur so ein Typ. Vielen Dank.